Hallo Ca. 16 von 1000 Jugendlichen werden in Deutschland schwanger. Ob Teenager oder nicht, um nicht ungewollt Vater oder Mutter zu werden, ist es für Partner und Partnerinnen wichtig, sich gemeinsam mit Empfängnisverhütung auseinanderzusetzen. Hier kriegst du einen Überblick über mechanische, chemische und natürliche Methoden und kannst deren Verträglichkeit und Sicherheit vergleichen. Besonders beliebt sind Kondome. Eine elastische Latexhülle wird vor dem Geschlechtsverkehr über das steife Glied gestreift. Nach dem Samenerguss muss es am Ring festgehalten werden, wenn der Penis aus der Scheide gezogen wird. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten. Probiere es am besten.